Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, wir spielen jetzt wirklich schöne Sachen. Und das zweite Stück ist die meistverkaufte Single, glaube ich, immer noch der Welt. Und zwar White Christmas. In der Version von Bing Crosby ist das immer noch der meistverkaufte Titel. Und wir haben ein wunderschönes Arrangement von einem früheren Kollegen von mir, von Joe Gallardo, der früher bei der SWR Big Band, also damals noch David Lehn, gespielt hat und dann beim NDR war für mich eines der allerschönsten Weihnachtsmaschmusiker. White Christmas. Musik 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 Applaus 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 Ich betone das immer, weil das so schön weihnachtlich klingt, die Hochbetrumpete und die Atmosphäre richtig schön einfängt.